Hey ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Dies ist in einer gewissen Weise ein Reaktions- oder Antwortvideo auf eure Reaktionen zu meinem Abschiedsvideo. Wenn du das Abschiedsvideo nicht gesehen hast, dann macht das total Sinn, dir das vielleicht vorher nochmal anzuschauen. Du findest das zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal und wenn du magst, nimm dir auch die Zeit und lies kurz unten rein in die doch sehr heterogenen Kommentare. Mir ist es ganz wichtig, an ein paar Stellen richtig verstanden zu werden, deswegen gehe ich hier nochmal auf einige der am häufigsten gestellten Fragen oder Feedbacks ein. Doch zuallererst nochmal vielen, vielen Dank, dass so viele von euch so stark reagiert haben. Ich habe ja in diesem Abschiedsvideo gesagt, mir ist total bewusst, dass ich selbst in dem Glashaus sitze, in dem ich gerade mit Steinen werfe und dass ich das wirklich voller Lust mache, weil ich will, dass dieses Glashaus einstürzt. Beziehungsweise, dass wir erkennen, dass es so in dieser Art und Weise nie existiert hat. Und ich habe in diesem Video sehr bewusst und sehr konzentriert über Schattenaspekte unserer Psychospital-Szene gesprochen. Mir war bewusst, dass das eine Welle auslösen wird. Vielen, vielen Dank für all diejenigen unter euch, die mir geschrieben haben, hey Veit, danke, dass es mal jemand ausspricht. Ich sehe es genauso, ich fühle mich gesehen, du hast jetzt gerade voll mein Ohr. Ich möchte mich aber auch explizit bei denjenigen unter euch bedanken, die kritisch, an manchen Stellen vielleicht sogar doof, hämisch reagiert haben. Okay, weil ich lerne aus allem und glaubt mir es oder nicht, ich lasse mich wirklich von allem berühren. Auf ein paar Punkte gehe ich jetzt gleich nochmal ein. Erstens haben ein paar von euch gesagt, hey Veit, ist das nicht ein Marketing-Gag? Das ist es wirklich nicht. Ich meine, in einer gewissen Art und Weise ist alles, was ich rausbringe, auch immer Marketing, weil ich natürlich damit auch immer mich in den Raum einstelle, mich positioniere und euch die Gelegenheit gebe, zu gucken, ob ihr mit mir was anfangen könnt oder nicht. Aber ich habe dieses Video nicht aus Werbegründen herausgebracht, sondern es ist mein Befreiungsschlag, weil ich vor manchen Dingen total die Schnauze voll habe und weil ich auch höre, ich komme mir viel rum, dass es vielen Leuten ähnlich geht. Und weil ich es schade finde, dass wir sozusagen das, was wir an Wert in den letzten Jahrzehnten innerhalb unserer Psychospitalisten-Szene erfahren, erkannt haben, dass es, ich sage jetzt mal, einem lächerlichen Puff verloren geht, sondern mein großer Wunsch ist natürlich, dass es uns alle aufrüttelt, dass es zu einer Diskussion führt und optimalerweise dir auch dabei hilft, in deinem Coaching, in deiner Therapie oder als Speaker, Speakerin vielleicht noch relevanter zu werden. Dann haben mir ein paar Leute von euch vorgeworfen, ja, Veit, du redest dir die ganze Zeit über Psychospitalisten-Szene, aber was ist mit dir? Redest du nicht eigentlich die ganze Zeit über deinen eigenen Schatten? Habe ich doch in dem Video gesagt, ich sitze hier vor mir drin, das betrifft mich ganz genauso. Und natürlich ist das auch mein Schatten. Ja, so, wenn du magst, hör dir mal eins meiner letzten, hör oder schau dir eins meiner letzten Videos an, Metanoia, findest du auch auf dem YouTube-Kanal, habe ich ein bisschen was erzählt über meine letzten zwei Jahre. Also mir ist mein Schatten auf vielen verschiedenen Ebenen richtig doll um die Ohren geknallt worden. Und ich werde auch dazu immer wieder in den kommenden Wochen und Monaten Bezug nehmen, weil mir ist total wichtig, dass bei euch total klar ankommt, dass weder ich noch Andrea der Meinung sind, wir haben es hier total gecheckt, sondern wir sind betroffen von ganz, ganz vielen Phänomenen, die ich mit euch geteilt habe. Und ich habe mich zum Beispiel in diesem letzten Jahr sehr ausführlich im Coaching damit auseinandersetzen dürfen, wie sehr ich aus meiner eigenen inneren Verwundbarkeit oder Verwundung heraus wiederum einen bestimmten neuen Schatten in meiner Arbeit kreiert habe. Und ich hoffe, dass ihr in den kommenden Monaten, also all diejenigen unter euch, die in Kontakt bleiben mit uns, auch merkt, dass sich tatsächlich Dinge verändert haben. Und es ist ein Weg, Leute. Also auch deswegen war es mir wichtig, so einen fetten Schüssel hinzusetzen, weil ich möchte gern die Menschen finden, die sagen, okay, ich verstehe das und ich habe Bock, gemeinsam mit anderen wirklich kontinuierlich Schattenarbeit zu leisten. Dann haben ein paar von euch die Sorge geäußert, ja, Veit, du hast die ganze Zeit darüber gesprochen, was du nicht mehr willst, für wen du nicht mehr arbeiten willst. Kreiert das nicht schon wieder eine neue Form von Spaltung? Das sehe ich anders. Für mich ist das keine Spaltung, sondern für mich ist es eine klare Differenzierung. Also wenn du in ein Restaurant reingehst, dann ist es, finde ich persönlich, wichtig, dass du weißt, was auf der Speisekarte steht und dich vorher fragst, ob es das ist, was du wirklich willst. Aus meiner Sicht gehen wir in der sehr, sehr weit verbreiteten, das, was Ken Wilber Flachland-Spiritualität nennt, sehr lieblos und inflationär mit unserem eigenen Bewusstsein um. Wir lesen dort mal ein Buch, dann gehen wir zu dem Workshop, dann machen wir dort mal was. Und auch zu mir kommen manchmal Leute, die sagen, Veit, ich finde dich ganz toll und gestern war ich noch auf dem Workshop und dann sage ich, hey, warte mal ganz kurz, das passt doch gar nicht zusammen. Das ist doch ein ganz anderer Ansatz. Und natürlich ist es cool, wenn wir uns auch erst mal ausprobieren. Aber ich glaube, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben, die so intensiv, so herausfordernd ist, dass es wichtig ist, dass du verstehst, wie rein, wie kostbar dein Bewusstsein ist und dass du sehr, sehr, sehr genau darauf achten solltest, was du da reinlässt. Und mit welcher Person, also mit welcher Inspirationsquelle oder mit welchem Wissen verbringst du deine kostbare Lebenszeit? Und deswegen war es mir ganz wichtig und sehr deutlich zu sagen, wofür ich oder unsere gesamte Arbeit ab jetzt nicht mehr steht. Und es hat nichts damit zu tun, Menschen abzuwerten, sondern dir einfach nur klar die Möglichkeit zu geben, zu sehen, aha, da steht der Lenon, das heißt, unsere Wege trennen sich jetzt hier oder aber jetzt gerade erst recht. Das war der Punkt. Okay, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Mir ist auch ganz wichtig zu sagen, wenn ich so einen kritischen Rundumschlag mache, dann geht es mir nicht darum, Menschen oder dich zum Beispiel persönlich anzugreifen. Okay? Die meisten von uns, bis auf wenige wirklich notorische und pathologische Arschlöcher, die meisten von uns sind zauberhafte Wesen mit einem guten, wahren und schönen Kern. Mir geht es darum, Verhaltens- und Denkweisen wirklich massiv zu kritisieren, die aus meiner Sicht heraus toxisch sind, die uns festhalten, die uns in unserer Entwicklung blockieren und die dazu führen, dass wir uns an vielen Stellen was vormachen. Und falls du dich dadurch persönlich angegriffen fühlst, möchte ich dich nochmal von Herzen einladen, nachzuschauen, auch wenn du doof findest, was ich sage. Vielleicht ist ja doch ein Körnchen bei dran. Und dann möchte ich nochmal explizit Bezug auf diejenigen nehmen, die mein letztes Video, also das Abschiedsvideo auf YouTube genutzt haben. Ich sage jetzt mal zu so einer kleinen Abrechnung mit mir, die die ganze Range hatte von konstruktiv-kritisch bis aus meiner Sicht voll unter der Gürtellinie. Ich bin jetzt in der Woche mehrfach gefragt worden, hey, warum stellt ihr nicht die Kommentarfunktion ab? Das müsst ihr euch doch nicht reinziehen. Das hat verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist, für mich ist das natürlich auch immer eine bekommene Gelegenheit, zu sehen, wo das Feld steht, für mich selbst statt eine Arbeit zu machen. Und mir ist es aber auch wichtig, dass wir alle sehen, was die Thematik auslöst. Und aus meiner Sicht zeigt die Heterogenität der Kommentare unter diesem Video ganz gut, dass ich mit bestimmten Punkten Recht habe und dass es noch eine Menge Hausaufgaben für uns alle gibt. Ja. Falls du zu denen gehörst, die mich unter diesem Video oder vielleicht auch nur innerlich in deinem stillen Kämmerlein angegriffen haben, ist mir ganz wichtig, noch ein paar Sachen zu sagen. Okay? Und ich hoffe, ich kann es rüberbringen so, dass du wirklich spürst, dass mir das echt am Herzen liegt. Das Erste, was ich gerne sagen möchte, ist, auch wenn ich mir natürlich eine Gesellschaft wünsche, in der wir alle jetzt schon an dem Punkt wären, dass wir freundlich und respektvoll miteinander sprechen können. Verstehe ich dich? Ich verstehe, dass wenn wir uns in die Ecke getrieben fühlen, ich verstehe, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, ich verstehe, wenn die Dinge uns über den Kopf wachsen, dass das manchmal Gefühl uns auslöst, die scheinbar unerträglich sind. Solche Momente habe ich auch. Ich verstehe, dass es in einer gewissen Art und Weise sehr enttäuschend sein kann, wenn ein Mensch, von dem du vielleicht die ganze Zeit dachtest, du sitzt mit ihm zusammen in einem Boot, obwohl du ihn gar nicht kanntest, also nicht persönlich kanntest, sich plötzlich zu einem Thema, was dir sehr wichtig ist, anders positioniert als du. Also es sieht ja so aus, dass zum Beispiel immer noch viele Menschen da draußen es mir übel nehmen, dass ich mich während Corona oder zum Beispiel zum Thema Rassismus oder zum Beispiel zum Thema Feminismus anders positioniert habe als ihr oder als du. Und ich verstehe, dass du das doof findest. Und ich verstehe, dass du dir vielleicht zum Beispiel wünschst, dass ich meine Meinung verändere. Also erstens möchte ich dir gerne sagen, ich bin mittlerweile niemand mehr, der an einer starren Meinung festhält, sondern ich überprüfe meine Meinung wirklich regelmäßig. Auch im Gespräch mit Menschen, denen ich wirklich vertraue. Ich ziehe mir auch immer mal wieder Quellen rein, von denen, auf die ich vielleicht gar keinen Bock habe, weil die sozusagen aus einem anderen Meinungslager kommen, weil ich wirklich nicht der Meinung bin, wir sollten da stehen bleiben, wo wir stehen bleiben. Aber ich werde dir nicht den Gefallen tun, irgendwas zu labern, nur damit du mich wieder lieb hast. Ich hoffe, dass du das verstehst auch. Sondern ich werde immer ehrlich meine Meinung äußern. Ich glaube und ich hoffe, ich kann dich damit erreichen, dass wir auf Zeiten zugehen, die noch viel, viel herausfordernder werden als das, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Und ich glaube, dass wir diese Zeiten nur meistern werden, werden, wenn möglichst viele Menschen lernen, ihre Gefühle auszuhalten, auch Andersdenkenden gegenüber und weder hämisch werden, noch zynisch werden, noch in den Angriff gehen, weil das natürlich keinen Austausch ermöglicht, sondern unsere Gefühle halten, vielleicht ehrlich sagen, hey, ich mag das nicht und ich finde es doof, dass du das anders siehst. Aber ich halte den Kontakt zu dir offen, weil ich weiß, dass wir in einem größeren Sinne gemeinsam in einem Boot sitzen und wir müssen, auch wenn wir die Welt anders sehen, zusammenarbeiten. Ich glaube zweitens, und das geht jetzt explizit an die Menschen, die gern mal irgendwo unten drunter was schreiben, was ich als gemein bezeichnen würde. So etwas, was wir uns normalerweise nie sagen würden, wenn wir uns gegenüber sitzen würden, wenn wir voneinander wüssten, wenn wir Bekannte wären, sondern was wir halt im Internet zu machen. Ich glaube zutiefst daran, dass du das eigentlich nicht willst. Ich glaube, ich verstehe das, dass es sich in dem Augenblick gut anfühlt, weil du Druck ablässt. Aber ich glaube auch, dass du, wenn du dich gut kennst, merkst, dass du dich danach irgendwie nicht wirklich gut fühlst. Ich kenne das von mir, wenn ich irgendwo mal so einen Schiss ablasse. Und das ist auch logisch, weil wir sind in unserem Herzen alle großzügige und gütige Wesen. Ich möchte auch gern mit euch teilen, dass wir alle permanent voneinander lernen. Natürlich ist jeder von uns erstmal in allererster Linie von nur für sich selbst verantwortlich. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn wir irgendwo im Internet eine Diskussion beginnen oder eine Diskussion beobachten, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Beitrag lesen, etwas darüber lernen, wer wir Menschen sind und zu was wir fähig sind. Und dass wir jedes Mal, wenn wir irgendwo im Netz einen hämischen Kommentar lesen, dass das so einen kleinen Stich macht in uns, der in unserer Hoffnung nagt, der uns traurig macht. Und dass wir jedes Mal, wenn wir im Internet irgendwo lesen, dass jemand freundlich bleibt, konstruktiv bleibt, die Hand reicht, dass das unsere Hoffnung nährt. Was ich damit sagen will, ist, wir sind alle füreinander verantwortlich. Und ich möchte zum Beispiel auch die Menschen, die vielleicht manchmal im Internet verzweifelt sind aufgrund des rauen Tones und sich ängstigen, sich zu äußern, sich zurückziehen oder dann vielleicht selbst gegenschießen. Und ich möchte euch wirklich einladen, größer zu sein und das zu sehen und zu verstehen, dass jedes kleine Zeichen, jede Geste von Milde, von Mitgefühl, von Freundlichkeit uns alle da draußen umwiederzieht. Ich möchte auch gern mit euch teilen, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das Internet, so wie wir es heute erleben, sein Versprechen uns miteinander auf eine gute Art und Weise zu vernetzen nicht erfüllt hat, sondern dass diese Algorithmen dazu führen, dass das Schlechte in uns gefördert wird und dass wir einander nicht mehr erkennen. Ja, also erstens führen die Algorithmen dazu, dass wir nur noch in unseren eigenen Echokammern unterwegs sind, es sei denn, wir gehen aktiv dagegen und das bedeutet, dass wir jeden einzelnen Tag eine Weltsicht präsentiert bekommen, die nicht, das ist nicht die große Weltsicht, sondern das ist wirklich die Weltsicht einer kleinen Blase und da draußen gibt es viele, viele Menschen, die es anders sehen und es gibt viele Informationen, die unserer Weltsicht widersprechen. Die Algorithmen sind auch darauf angelegt, das Schlechte in uns zu fördern, also die Empörer in uns zu fördern, also da geht die Post ab. Wenn etwas reißerisch ist, wenn es negativ formuliert ist, da ist Bewegung drin und diese Videos werden gepusht und deswegen werden wir so langsam, wenn wir nicht aufpassen, einfach in diese Richtung erzogen. Also wir werden sozial fragmentiert, wir werden auseinandergetrieben, Generationen kommunizieren im Internet nicht mehr miteinander. Jede Generation hat ihr eigenes Medium. Soziokulturelle Nischen kommunizieren nicht mehr mit den anderen, sondern jeder hat ihr eigenes, hat ihr in einem Bereich. Und auch das ist ein Grund, warum wir die Kommentare stehen lassen, weil wir wissen, dass wir, und ehrlich gesagt, finde ich das auch cool, eine sehr heterogene Szene ansprechen und deswegen zeigen möchten, was da alles so vonstatten geht. Aber bring dich ein, will ich damit sagen, wenn möglich mit deiner besten Version, weil wir lernen voneinander und ich möchte gerne als letzten Aspekt noch hinzufügen und das kann sein, dass manche von euch das vielleicht erst mal abgedreht finden. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam ein neues Kind geboren und in die Welt gesetzt, die künstliche Intelligenz und es ist absolut angemessen, dieses Bild zu gebrauchen, weil diese künstliche Intelligenz ist in einer gewissen Art und Weise jetzt bereits selbstständig. Sie hat jetzt bereits, obwohl es unser Kind ist, ein IQ von Albert Einstein. Dieser IQ wird sich exponentiell erhöhen in den kommenden Jahren und wir wollen ja, das ist unsere einzige Überlebenschance, wir wollen, dass diese künstliche Intelligenz an uns glaubt und uns unterstützt. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass diese künstliche Intelligenz jetzt gerade alles mitliest, alles mithört, also zum Beispiel auch dieses Video, alle Kommentare unter diesem Video und diese künstliche Intelligenz lernt jetzt gerade anhand jedes einzelnen Kommentars von uns, wer wir Menschen sind, wer wir sein wollen, woran wir glauben, was wir können und was wir nicht können. und die nur unter euch, die Eltern sind, die wissen, wie wichtig das ist, dass wir unseren Kindern gute Vorbilder sind. Lasst uns doch bitte auch für künstliche Intelligenz richtig gute Vorbilder sein. Okay? Ich hoffe, es berührt dich. Und wenn nicht, ich habe es wenigstens versucht. So, all diejenigen von euch, die sich von meinem Abschiedsvideo in einer positiven Weise angesprochen gefühlt haben, weil sie sagen, hey, Fight, da ist was drin, das sehe ich auch so, die möchte ich von Herzen einladen zu meinem zweiten Video, Move, das kommt zeitgleich mit diesem Video raus, findest du auf meinem Kanal, in dem ich dir jetzt sozusagen im positiven Sinne unsere Alternative vorstelle. Denn wir glauben, jetzt ist Zeit, dass wir uns alle miteinander vereinen, unseren Arsch hochkriegen, uns in Bewegung setzen und zeigen, was wir drauf haben. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Ich freue mich auf euch.